Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal TheBadBeard. Ich habe ja bereits einige Videos zu Destiny 2 gemacht mit Infos und News für euch. Jetzt ist die E3 2017 gerade vorbei. Ich habe auch ein Video zu meinen Top 10 Ankündigungen auf der E3 gemacht, auch mal über Monster Hunter World, was mich besonders interessiert hat, gesprochen. Aber zu Destiny habe ich jetzt schon länger nichts mehr gesagt, was hauptsächlich daran liegt, dass es nicht mehr so viele Neuigkeiten gab, bis auf die Ankündigung, dass die Beta für PS4-Spieler zumindest, die vorbestellt haben, am 18.07. losgeht oder dass jetzt auch offiziell bestätigt wurde, dass ihr tatsächlich Embleme bekommt für eure Erfolge, die ihr in Destiny 1 hattet und das auch dementsprechend alles ist, was aus Destiny 1 mit rüberkommt. Aber ich habe mir gedacht, weil ich auch in letzter Zeit gelesen habe, dass ihr mehr zu Destiny 2 sehen wollt, dass ich das Ganze jetzt mal ein bisschen interaktiver mache. Das heißt, ich möchte so ein kleines Community-Q&A machen. Ihr könnt jetzt hier unter das Video in die Kommentare schreiben, worüber ihr mich gerne reden hören möchtet, worüber ihr gerne meine Meinung hören wollt. Ihr könnt eure Fragen stellen zu meinem geplanten Content zu Destiny 2, was auch immer ihr wollt und was euch so interessiert. Ein paar von den Kommentaren picke ich mir dann raus und werde über die im nächsten Video dann sprechen. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Ist jetzt erstmal so ein Experiment. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und das war es dann tatsächlich auch schon von mir. Jetzt seid ihr dran. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.